Vor allem jetzt im Sommer ist der Biergarten besonders attraktiv. Rund 400 Gäste können hier unter freiem Himmel die einmalige Atmosphäre des wohl berühmtesten Wirtshauses der Welt genießen. In München steht ein Hofgräuhaus und das schon seit 1897. Das Herzstück ist hier die Schwämme und es gibt das Bräustüberl und den Festsaal. Und hier gibt es auch München-Vorteil, das Cashback-Programm der Stadtsparkasse München mit einem Prozent Treuebonus zurück. Erstens, weil die Stadtsparkasse genauso eine Institution ist wie das Hofbräuhaus für München. Und wir sind in München schon so lang und deswegen können wir München auch mal was zurückgeben. Und deswegen machen wir das mit und diese Vorteilskarten ist ein echter Vorteil für unsere Stammgäste. Mitten im Herzen von München am Platzl ist die bayerische Wirtshauskultur zu Hause. Alles kommt täglich frisch von den hauseigenen Metzger und Küchenmeistern. Unsere Philosophie ist eigentlich, dass wir die Menschen zusammenbringen. Das ist das, was wir täglich machen im Hofbräuhaus. Und zwar nicht nur das, was viele Münchner Stammgäste für Stammtischen haben, sondern zu uns kommt auch die ganze Welt an München. Und die ganze Welt kommt hier in dem Wirtshaus an die großen Tische zusammen. Das ist kurz zusammengefasst die Philosophie. München-Vorteil gibt es seit 2017 für alle Privatkundinnen und Kunden der Stadtsparkasse München. Aktuell sind rund 1000 Händler regional und online mit dabei. Der München-Vorteil ist ganz einfach. Sie zahlen mit ihrer Sparkassenkarte, der Stadtsparkasse München, bei den Händlern, die teilnehmen. Dann wird der Betrag ganz normal abgebucht vom Girokonto, so wie man es kennt. Und zu jedem Monatsersten zahlen wir dann ganz automatisch einen Cashback an unsere Kundinnen und Kunden zurück. Komplett kostenlos für die Kunden. Seit über 100 Jahren existiert die Biesler-Gärtnerei in München. Ein kleiner Familienbetrieb in Harlaching in der vierten Generation. Auch hier gibt es München-Vorteil, das Cashback-Programm der Stadtsparkasse München. Wer in der Widersteinstraße 19 mit der Sparkassenkarte bezahlt, bekommt 2% wieder gutgeschrieben. Wir wollen natürlich unseren Kunden auch ein bisschen was bieten. Es gibt ja viele verschiedene Systeme, wie man dem Kunden eine kleine Freude bereiten kann. Bei München-Vorteil ist es von Vorteil, wenn man mit Karte zahlt, dann ist das automatisch mit dabei. Also die Kunden merken das spätestens bei ihrer Kontoabrechnung, dass jedes Mal, wenn sie bei uns mit der Sparkassenkarte online bezahlen, geht ein gewisser Prozent direkt weg vom Betrag, den sie sich sparen. Die Biesler-Gärtnerei steht für frischeste und schönste Produkte und Materialien. Und das florale Erlebnis gibt es nicht nur hier in der Gärtnerei. Die ausgebildeten Gärtner und Floristen liefern auch nach Hause. Sehr oft wird dieser Lieferservice nicht in diesem Umfang betrieben, wie wir das machen. Wir machen hier vor Ort eine eingehende Beratung und suchen zusammen mit den Kunden aus, was für ihr zu Hause passen würde. Dann liefern wir es. Wir pflanzen auch direkt vor Ort ein, beraten auch vor Ort, wenn es die Zeit zulässt und haben einfach immer stets diesen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden ganz nah. Alle Infos zum München-Vorteil gibt es im Internet auf www.münchen-vorteil.de